3-2-1 Das war hier gerade das Ergebnis vom El Clasico Al-Itti hat aus Saudi-Arabien statt uns geschlagen mit 3-2 Es war ein knappes Spiel Ein schrecklich knappes Spiel Weiß ich nicht, Kopfball-Duelle haben wir glaube ich eins gewonnen Und der ging noch ins Aus, der Kopfball Das war super An den Kopfballen müssen wir noch üben Und an Torabschluss Ja, Torabschluss, ja, mit Saber-San-Pauli kommen Eigentlich waren wir ganz gut Für San-Pauli fällt mir das eigentlich... Hat der jetzt abgebrochen? Ich habe Abbrechen gedrückt, weiß ich nicht Achso, Torabschluss Ja, weil es gestern auch so funktioniert hat Ich war noch in mir in so einem anderen Bildschirm gerade noch nicht drin ist Aber... Ja gut, jetzt hat der auch für mich abgebrochen Aber egal Oh Ich kann das Spiel langsam aufbauen Ja, Kuiper und... Los geht's Hier haben wir die Einblendung So läuft die Heimannschaft heute auf Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation Das war nicht so gut Die Kranke war nicht präzise genug Das läuft doch, komm, wir haben sie in der Tasche schon So sind sie genau da, wo wir sie haben wollen Und jetzt bei Ballannahmen müssen wir echt aufpassen, ne? Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Tochter hat den Ball Lauf, überlauf nicht mal Danke Schick mich Ah Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert Hier Was war das denn? Äh, beschissene Ballannahmen Oder hat der geklärt? Das weiß ich nicht Ey, komm, den hat er ja gehabt Ja, das war wieder so typisch Ich helfe, ich helfe Da geht er vorbei Ich helfe schlecht Oh Gott, helfe ich schlecht Schieß So, natürlich, kein Problem Er holt sich den Ball Sauber gelöst Er holt sich den Ball Schick unten Nice Buchti, komm schon Wird das eine Torsche? Schnellspiel Hey Ritzratze Verdammt Alles gleich nächstes Mal gebe ich den oben weiter Ja, weiß ich nicht wieso Das war auch schon gut Das war schlecht von mir Verdammt Kopfball Duke Ron, ja? Jej Genau, lauf, 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 lauf Sie bieten sich an Tolle Flanke Oh, alter Schiff Oh, alter Schiff Die spielen grad echt um Meilen besser als im Hinspiel Fahrradtach 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 ist am Ball In der Szene muss er pfeifen Einsatz war zu hart Na, gelb Ja Also Ja Ja Das Ding ist Gelb ist angemessen in dieser Szene Das Glücksspiel ist wie er die Grätsche ansetzt Jetzt hätte er die anders gemacht Dann hätten wir den Ball gehabt Eigentlich schon, ja Ach komm schon Ach komm schon jetzt Guck, du mir gleich komm Ich würde auch nicht für die Zuschauer haben, dass die führen, weil dann machen die wie eben so ein hässliches Zeitspiel da an der Eckpfahne immer dann Was richtig lächerlich ist Da kommt er hin und er fauste den Ball weg Ja Pusch Nein Gut gemacht, den Ball unter sich Scheiße Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Munzari Da geht er runter und kann den Ball abwehren Es gibt den Robin hier das Es gibt Ecke Der Himmelmann Robin Der Himmelmann Robin Himmelkrone Das ist ein Insider, ne? Das ist der Himmelkrone Oh, 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 oh Wieso habe ich jetzt wieder Die als Show hier, aber zum Feinsten Was ist das? Einwurf Hecken die einen oder was? Ich weiß es nicht Und wieder Einwurf Warte mal zwei Sekunden Warte mal zwei Sekunden Oder auch nicht Gut aufgebast und abgefangen Gut aufgebast und abgebangen dort heute ist da kein Problem bei diesem Freistoß Nordkamp der Verteidiger stört ihn der Teufelsdreier von ihnen da vorne das kann doch nicht wahr sein abseits abseits aber das wäre hatte diesmal gesehen Sebastian Meyer das könnte die Chance werden wie sie passen wie sie passen sehr gut reingespielt Schuss da trifft er den Ball nicht äh ich dachte einfach normaler Tore ich hätte geraut weit rüber aber ich meine ja weiß wieso ich spielte den so weit nach hinten Aseri und jetzt haben sie den Ball ja und er kriegt ihn oder was jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke naja egal weiter geht's Verlatter Timing passt nicht kein Druck hinter diesem Kopfball ja so kann er die Kugel nicht richtig platzieren und das Ding geht daneben gute Variante der Eckball kam gefährlich und der Ball ging auch nur knapp vorbei jetzt könnte es gefährlich werden jetzt schießt er da ist er aufmerksam gut vom Torwart das Laufpass mal in die völlig falsche Richtung Spiel nach hinten wo ich unter dem Ball spielte zu Torwart zurück die Städte du meinst nicht jetzt gehen wir hinten geht nicht mehr reguläre Spielzeit ist vorbei drei Minuten nach Spielzeit jetzt habe ich aber ohne Scheiß Laufpass aufgedrückt Alter das kann doch nicht sein und er pfeift abseits das sind die Meiner vorhin das war ein Torschussmeiner obwohl ich Laufpass gedrückt habe ja oder Flanke oder was das ist ja egal ok die andere so hyperaktive Flitzeböden hier fordern oder auch nicht oder auch nicht der ist schneller als ich da ist nicht ich habe gespielt weil ich angreifen gedrückt habe also schfass da gibt ein Elfmeter und jetzt könnten sie in den Rückstand geraten ja das hat er nicht gut gemacht keine gute Zweikampfführung Ja, das habe ich gestern gemacht. Und gestern hat er auch noch rechts geschossen. Jetzt habe ich Hilfe eingestellt. Er hat drei Kommen. Weil durch die Hilfe, dass du es mir ja gestern versetzt, dann bist du deine Aktion für den langsamer. Ach so. Ich habe das Gefühl, dass wir automatisch Hilfe eingestellt haben. Und es ist angezeigt, weil wir sind überall langsamer und schwächer. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Abgepfiffen. Jetzt bin ich das. Ah, du warst da, sehr geil. Ja, der Freistoß genommen. Ich wollte eigentlich den da weitergeben, wirst du? Ja. Der unten war. Ja. Das ist auch ein Foul, so was. Ich glock mich mit deinem Arsch. Oh. Ja. Gut, dass er nicht gepfiffen hat, sonst hätte ich gemessen. Ey, ich wollte weitergeben. nicht das gibt's doch nicht so dass er auf die Welt beizugeben ein berechtigter Freistoß ich bin nun mal gelaufen das war kein Pass oder sonst was ehrlich nicht wir haben originales und so auf der Welt bringt nix komisch ja weiß ich auch nicht es gibt Abstoß der Ball war aus das ist ja so unlogisch der hat ihn eigentlich klingen sollen weil der ist genau so schnell wie Auge ganz einfach an den Ball gekommen gut gemacht, gutes Denkling schieß doch einfach mach irgendwas alter und danke das hast du schon wieder gemacht du Nase und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus elf Meter du musst auch die Tasten mit dem rechten Daumen drücken leider egal wie das schießen passen Flanken egal oh nein nicht ich ey komm hier oh mann der Elbe ist drin der Elbe ist drin der Elbe ist drin krass der elf Meter du hast ihn geilen dann durftest du schießen oder wirklich nicht dieser Druck ich halte ihn nicht an das Spiel ist endlich offensiver das erste Tor ist gefallen es hat ein bisschen gedauert heute ja ruhig warte mal jetzt geh mal nen Haken erstmal machen oder so Flanke kommt wird das ne Chance da kommt er hin und er baust für den Ball weg der Flanke kommt ja jetzt könnt ihr die Flanke reinschlagen gerade Aufbruch da ist er alleine ganz mutiert das ist verarschend gerade ich hab doch nur einmal angetickt die Taste das kann doch nicht sein sonst hätte es gefährlicher werden können alter Schwede ja was geht jammer hat er nicht wollte sagt zu machen nein dürfen sie nicht was ist das Klo ist nicht ein 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 foul n ein ein ich bin doch mal ein 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 das weinen gleicher das kann doch nicht wahr sein das tor sehen wir jetzt noch mal in der verlangenen oder ist zu langsam das ist das ist alles draußen abstoß nicht das ist doch so gut so ging das mit dem ausgleich auf so gehen was zu wegen einen verteidigen ähnliche mit der fähre in den speziellen diese gab Die spielt echt serious hier, ne, schön hier, Kopfball nach hinten zum Torwart, Eiscard. Sehr serious. Wie ich da eigentlich Eiscard den Einwurf rausgeholt hab. Bisschen Killer. Hast du den? Hat der Werding versucht? Sie bekommen einen Einwurf, da könnte was draus werden. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Oh man ey, wie, das ist immer ein Spielzeug, das ist immer noch zum Weg einwerfen. Gutes Zuspiel. Klasse Aktion, Torwart im Ballfest. Ich bin hier gehackt hier, ich hab wieder Standbilder, Scheiß, die Wand an, Mann. Da gibt der Freistoß. Was? 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 und ich krieg ihn auch noch, dankeschön ey oh lol ich dachte ich bin ein bisschen langsamer da dachte man, man ist langsamer weißt du das müsste sein, er schießt, den hält, ein guter Kopfball tschuisch tschuisch beim Schuss dachte ich nur noch scheiße mich schon wieder ich bin so froh, dass meine Flanke wenigstens kam weil die hat mich immer nach vorne geblinkt ok, alles klar aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1 schick, schick oder, ja egal der Abwehrspieler steht richtig kein Zweifel, das ist Freistoß wer hat jetzt gefoult? wer hat gefoult jetzt? was war das jetzt? den Ball hält er gut Auswechsel wechseln das gibt einen Eckball ah, hallo die sind ja alle ja, die sind ja alle die sind ja alle tot die ist koreaner ja du die sind ja alle tot ja, ist egal wechsel sonst nochmal hier, weiß nicht na komm, Maja noch Maja raus ja, Ducsak klar, Ducsak ja, komm so gut wie Koko so gut wie Koko er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung ganz im Ernst leider ist er heute ich konnte gar nicht richtig schießen ich hab einfach nur gedrückt und ja ja und wer hat's gemacht? der Joker und die haben sogar seine Haare geupdatet hier seine blond gefärbten Haare jetzt, alter die fand ich richtig scary warum färbt er sich die Haare blond? da steht es nun 3-1 ja cooles ja ähm, ich würd dir gern den Ball geben nur noch 4 Minuten in regulären Spielzeit aber er hat immer noch Bock süße ein Tor ist gar nix und jetzt ein Schuss klasse aufgepasst vom Torwart er ist gut gefällt mir er ist in Dortmund oder gefällt mir wie er läuft und so heute und Schuss ist auch Schuss natürlich sieht das unglücklich aus aber ich glaub so was kann man wirklich nicht besser treffen ich glaub du hast Leisten gesagt vielleicht war's irgendwo ohne ehmals im Boden jetzt könnte die Chance entstehen letzten 10 Minuten das sind echt die Ansehen nicht für die Zuschauer ich entschuldige mich dafür weil das ist einfach nur eine Dior Show hier gerade ach so du hast dir schon ich hab's die ganze Zeit gesagt die Flanke zum 3-1 und nee 2-1 die Ecke weil ich hab nicht so bekommen sie vielleicht noch mal eine gute Chance und sogar den Freischuss haue ich jetzt mit der Dior Show rein pass auf ok das wäre jetzt jetzt eben ging es kurz flüssig ich bin ich bin auf gut Glück gerade ich weiß es nicht ne geht nicht ganz starke Aktion vom Torwart das war nicht schlecht man ja aber überhaupt nicht meine Bälle landen immer auf dem Boden vorm Torwart er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball eingelungener Pass das Spiel ist aus 3-1 das Endergebnis und im Gesamtergebnis führen wir sogar haben wir sogar ein Tor mehr seit einer ganz starken Offensivleistung und sowas wollen wir doch sehen das war JambattaTV gegen den Rest der Welt Episode Die Rache Das war's Episode Episode Die Rache Die Rache der Sim alles klar Yo Das war Ich sag dann mal wieder Wir schauen Reingau